Hallo, ich heiße Pamela. Ich war mit CBY Rex in 2001 bis 2002. Ich habe in Biberach gewohnt, in der Nähe von Ulm und ich war mit einer Gastfamilie mit zwei Eltern und zwei Gastschwestern. Eine war in Uni und eine war im Gymnasium mit mir. Meine Lieblingserinnerungen mit meiner Gastfamilie waren auf einem Urlaub in der Schweiz. Es war ein Skifahrenurlaub, aber ich konnte gar nicht Ski fahren und meine Gastwarte hat mich genommen und wir haben nach Land gegangen Skisachen zu kaufen und nach einem Hügel gefahren und er hat mich gezeigt, wie man Ski fahren konnte. Es war ganz süß und ich habe wirklich gefühlt, als ich eine Teil der Familie war und ich bin sehr sehr dankbar für meine Gastfamilie, weil wir haben so viele Sachen zusammen gemacht. Ich habe sie gezeigt, wie man Tacos machen konnte und wie sie es essen konnte, weil ich die Abendessen manchmal gemacht und ich habe sie jeden Tag gesehen und mitgeredet über ihren Tag und wie sie geht. Und ich habe wirklich viel von sie gelernt über Deutschland und deutsche Kultur und was sie jeden Tag macht in Deutschland und wie es anders oder gleich war zu den USA. Ich habe ganz viel von sie gelernt und ich bin sehr dankbar, dass sie die Jahre mit mir gebracht. Und jetzt reden wir sehr viel mit dem Handy und wir sind in den Nachrichten und ich habe auch heute meiner Geschwister alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Und es ist sehr nett, immer das Verbindungen in Deutschland zu haben und sie haben mich in den USA, wenn sie besucht oder einfach mich treffen wollen. Und ich finde das ganz, ganz krass mit Jemen. über die Ozean zu haben. So, bitte nehmen Sie eine Austauschschülerin. Es werden eine ganz spaßige Jahre machen.